GTA Online-Fans wünschen sich in Fake-Trailer neues Update, das neue Europa-Universales 4-Add-On kommt auf Steam so schlecht an wie kein anderes Spiel und die Story von The Last of Us 3 steht bereits fest. Heute ist der 29.04.2021, ich hab meine rechte Kontaktlinse verloren und seh nur noch verschwommen – und hier kommen die News mit Jules. Die Fans von GTA Online sind schon immer sehr leidenschaftlich und lautstark, was ihre Erwartungen an den Online-Part von Rockstars Open-World-Phänomen anbelangt. Ein kleines Team hat seine Wünsche nun jedoch besonders kreativ verpackt. In einem einminütigen Fan-Trailer zeigen die Macher um den Reddit-Nutzer Lucifer Reap unter dem Namen Aquatics & Other Antics ihr Konzept für ein mögliches kommendes Inhalts-Update. Hier sollen wir unser eigenes Ölimperium aufbauen können. Wie in fast jedem Update beginnt das Ganze mit dem Kauf einer neuen Immobilie, in diesem Fall eine Ölbohrinsel, die wir nicht nur zum Erschließen des schwarzen Golds, sondern auch als neue Unterwasserbasis nutzen können. Der Fan-Trailer zeigt ebenfalls zahlreiche neue Vehikel wie etwa einen Hovercraft, den aus England stammenden Kleinwagen Reliant Robin und sogar einen neuen Kampfjet. Auf Reddit reagieren andere Fans begeistert auf die Ideen und den Trailer. Was Rockstar Games selber dazu sagt und wie es voraussichtlich in GTA Online weitergeht, darüber wissen wir wie üblich nur sehr wenig. Klar ist aber, dass es wohl auch dieses Jahr neue Inhalte geben wird, immerhin soll GTA 5 ja im Herbst sogar nochmal für die Next-Gen-Konsolen veröffentlicht werden. Europa Universalis 4 ist ein fantastisches Spiel. Acht Jahre nach seinem Release kann der Strategietitel aus dem Hause Paradox immer noch eine große Fanbase für sich begeistern. Umso kurioser also, dass die neue Erweiterung Leviathan nun einen ziemlich harten Negativ-Rekord gebrochen hat. Zum Launch am 27. April war sie so voll mit Bugs und unvollständigen Features, dass sie zum am schlechtest bewerteten Spiel auf ganz Steam geworden ist. Aktuell sind nur etwa 10% der rund 1500 Nutzer-Rezensionen positiv. Das ist schlechter als der nächst besser bewertete Flughafen-Simulator 2014. Der bringt es nämlich immerhin auf 12% und der ist nun wirklich… ufff. Paradox hatte die Entwicklung der EU4-Erweiterungen in der Vergangenheit an ein neues Studio in Spanien abgegeben, mit offenbar mäßigem Erfolg. Spieler beschweren sich unter anderem über fehlende In-Game-Art, fehlerhafte Mechaniken, Bugs und desaströses Balancing. Der verantwortliche Manager hatte in den offiziellen Foren des Spiels eine Entschuldigung formuliert, die allerdings kurzerhand wieder gelöscht wurde. Natürlich tauchte sie jedoch auf Reddit wieder auf und der in der Entschuldigung angesprochene erste Hotfix scheint wohl auch einige der größten Probleme des Releases behoben zu haben. Viele der etwas grundlegenderen Probleme werden wohl jedoch deutlich länger brauchen, bis sie behoben sind. Wer hätte das gedacht? Es gibt bereits ein Story-Konzept für The Last of Us 3. Das bestätigte Naughty Dogs Co-President und Creative Director Neil Druckmann in einer Episode des Script Apart Podcasts. Er habe bereits mit Co-Autorin Halle Gross ein Konzept entworfen, auch wenn er nicht zu viel verraten wolle, außer dass es wohl um die Ereignisse im direkten Anschluss an die Handlung von The Last of Us 2 gehen soll. Druckmann betont aber, dass das Team noch nicht an einem dritten Teil arbeite. Er hofft aber, das Spiel könne eines Tages das Licht der Welt erblicken. Spiele eines solchen Kalibers seien so aufwendig, dass man absolut sicher gehen müsse, eine perfekte Grundlage zu haben. Außerdem sei es bei einem dritten Teil umso wichtiger, auf spielübergreifende Themen und Strukturen zu achten, da aus einem oder zwei Einzelspielen so langsam ein Franchise würde. In besagtem Podcast besprach Druckmann weitere Details zu The Last of Us 2, aber auch zur kommenden HBO-Serie, in der die Ereignisse des ersten The Last of Us Titels behandelt werden sollen. Neil Druckmann, der schon Narrative Director des Spiels von 2013 war, wird auch selber die Serienadaption schreiben. Woran Naughty Dog aktuell arbeitet, ist noch nicht offiziell bekannt. Wir haben in den letzten Wochen bereits über einen vermeintlichen PS5-Remake von The Last of Us berichtet, sowie über eine mögliche Uncharted-Fortsetzung, die angeblich zunächst bei Days Gone Studio Band in Arbeit war und dann an Naughty Dog abgegeben wurde. Cyberpunk 2077 hat den nächsten Hotfix bekommen, der einige Probleme beheben soll, die seit dem letzten Patch aufgetreten sind und Stabilität sowie Performance weiter verbessern soll. Unter anderem wurden Glitches behoben, die Johnny Silverhands Aussehen veränderten, nachdem man das Nomadenauto von Lana gekauft hat. Ein weiterer Fehler wurde behoben, durch den sich der Fahrstuhl in dem Nebenauftrag bis das der Tod uns scheidet nicht benutzen ließ und in der Epistrophe-Quest sind wir nicht mehr in der Garage gefangen, wenn wir der Drohne nicht gefolgt sind. Es wurden noch eine Reihe weiter Quest-Bugs behoben, die ich hier jetzt nicht alle aufzählen kann. Es wurden auch Clipping-Probleme bei der Kleidung von NPCs angegangen und das Speichermanagement verbessert, um Abstürzen vorzubeugen. Auf den Konsolen wurden GPU- und SRAM-Verbesserungen an der Xbox One-Version vorgenommen und Speichermanagement-Verbesserungen an der PS5-Version. Die vollen Patch-Notes gibt es auf GameStar.de, Link in der Videobeschreibung. Die Metro Exodus Enhanced Edition hat ein offizielles Release-Datum und dieses Release-Datum ist bereits nächste Woche. Am 6. Mai geht es auf dem PC schon los und alle Besitzer auf Steam, dem Epic und Microsoft Store sowie GOG bekommen die neue Version als kostenloses Upgrade. Trotzdem handelt es sich um ein neues Release des Spiels, das ihr neu installieren müsst und separat von der alten Version auf eurem Rechner haben könnt. Das liegt unter anderem daran, dass die neue Version mit deutlich erhöhten Systemanforderungen daherkommt und sich beispielsweise ohne Raytracing-fähige Grafikkarte gar nicht spielen lässt. Wir können Raytracing in der Enhanced Edition also gar nicht abschalten, wir können unsere Spielstände auf allen Plattformen außer dem Microsoft Store übertragen, wer das Spiel dort gekauft hat, muss in der Enhanced Edition leider neu anfangen. Es gibt jedoch eine Kapitelauswahl, in der von Anfang an alle Kapitel auswählbar sind, wer so sein Spiel startet, muss jedoch auf die üblichen Spielfortschritt verbundenen Erfolge verzichten. Weitere Grafik-Features der Metro Exodus Enhanced Edition sind erweiterte Raytracing-Reflexionen, ausgehende Raytracing-Lichtstrahlen, verbesserte globale Beleuchtung und DLSS 2.0 Support. Das volle Spiel mit allen DLC wird etwa 80 GB Festplattensprecher benötigen. Das waren die heutigen News, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren, vor allem du Amadeus, du vergisst das echt jeden Tag und langsam werd ich sauer. Denkt dran, dass wir heute ab 15 Uhr schon wieder für euch live sind mit der Find Your Next Game Spring Edition und schaut euch gern unser Video zum neuen Addon von Everspace 2 an. Danke fürs Zuschauen und denkt immer dran, ihr seid wunderschön, lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen, euer Jules.